hallo und herzlich willkommen bei einer runde smash mit dem chris alias feenbauer alias schon die zweite aufnahme ich weiß nicht ob du das erste hochlädst jojo ich denke ich lade es irgendwann bestimmt mal hoch ja also in zehn jahren mit deinem bambus internet du mir erzählt hast ja wasser darfst berühren aber es ist leicht runter zu fallen ach so moment das wasser das schwebt sozusagen in der luft oder was genau also echt schwer da noch mal raus zu kommen genau ja 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 oh das war geil gerade das wäre echt geil das sah aus wie ein delphin das hätte man gerade echt aufheben müssen und ein delphin moment machen wow danke gerne tschüss fick dich doch ey das zeigt mir jetzt auch gar nicht entschuldigung ja entschuldige dich mal du hast auch jüngere zuschauer hab ich doch gar nicht hör doch mal zu ne sorry ich bin tau du hast ja auch jüngere zuschauer ich doch nicht nein ich hab gar keine zuschauer wieso erst neu angefangen oder wie ne ne das war erst so spaßhaft aber ich hab eh nicht so viele ja ich wow war das gerade scheiße jetzt muss ich hier voll angeben ich hab fast ich hab über 100 abos aah ok wir haben mehr fuck du darfst trotzdem nicht mehr mit mir reden haha ja du bist mir zu niedrig ne ja nein nein ja tschüss so geht es natürlich auch was für ein skill ich hab ohne dich zu berühren ja das sieht man wieder meins meins gilge darfst mich jetzt auch king nennen nö hallo wir haben mehr als doppelt so viele abonnenten wie du und du nennst mich king ja pah tut mir die frage natürlich ja das ist wieder nur Gronkh und PewDiePie Vergleich ok Gronkh vollbart, PewDiePie dreht und Tagebart haha ja ich soll vergleichen also das geht so mir meine von der Abozahlen von der Beliebtheit und so oh das kommt ganz sicher besser in der Abozahlen was hat PewDiePie bitte für Abos 28 Millionen das geht doch noch das ist irgendwie sehr sehr klein es gibt auf jeden Fall noch Leute die haben viel viel mehr ich hatte den Zirkus dafür diese Games House ja die toppen einfach alles so ja die toppen alle oder so tschüss ja what wieso Junge Junge ich war halt wenn sie auf der Insel stehen ich will mal gucken ob man fischen kann würde mich jetzt echt mal interessieren ich hab ne Angeln ich hab ne Angeln du wirfst ja nicht die Angeln aus doch der Indie-Regel eigentlich nicht doch guck wo bist du ja wo da fliegs bei mir und danke dass du was geworfen hast nicht geil oh Fisch hat eingeb... ah fuck kann nicht angeln ja tschau was wieso hä wieso bin ich jetzt wieso bin ich runtergefallen ich hasse diese Map wir suchen uns jetzt ne neue aus jeder hasse diese Map ich mag die irgendwie voll Quidmatch ja wenn du gewinnst ja warte ja warte ja warte ich muss noch warten bis ich Quidmatch machen kann fangt von vorne an so warte wo ist Quidmatch so warte ich mach dann ähm warte ich mach siehste mich hier starten im game äh was gibts denn noch komm mach mal ne recht große Map Atrium juh ne warte doch nicht die egal die ist auch cool die ist schon drin ja ich hörte die sieht ganz lustig aus ach gut da ist ein anderer haha hm mal gucken werden die uns auf ihn konzentrieren oder ja erstmal oder haha der hat sogar ein Doppelzeichen aufm rücken tja das geld wird uns angeb an uns abgeben ich hab n set aufm rücken ich hab n set aufm rücken ne du hast n ähm aufstehen auf dem rücken ja ich hab grad keinen optifine ich muss meinen optifine cape noch ändern in grau hab ich eigentlich auch n cape? ich glaub nicht ne ja keine ahne ich hab grad keinen optifine was ist bei mir grad komm der ist hier unten waa scheiße was ist das für ne Map? joo wahrscheinlich hä ist er geläftet ja warte dann geh ich auch nochmal kurz runter und das ist wieder fair ok dann machen wir mal Alter ich spring einfach runter um auf ihn drauf zu gehen plötzlich ist da kein Boden ich bin tot das ist das Schieb Junge bestspieler EU ach diese Momente ey manchmal kriegt man diesen Spiel einfach so ein Lachverlust ey du hast jetzt keine Granaten auf mich ist schon unhöflich was du jetzt hier wieder machst gell ja tut mir leid ich erst hier schön für ne Aufnahme einladen und dann noch Granaten werfen ja ich bin ein bisschen unhöfliches ja sagen mir noch alle und so oh nein das würde ich grad aufheben ja jetzt hab ich's du sag ich jetzt kommt wieder die Beleidigungen naja Entschuldigung hallo du musst ja den Zuschauer schon was bieten du piep ja ich mach wenigstens für die jüngeren Zuschauer ne ich glaub die finden immer NEIN du wirst dich damit nicht treffen NEIN also die ganz jungen Zuschauer finden glaub ich immer so totale Beleidigungen total lustig und so weißt du oh Gott ja ja wir machen ja jedes so i believe if i can fly smash attack wo bist du oh oh warte mal das ging gerade 3-0 aus oder komm nochmal ja ne 2-0 aber theoretisch 3-0 ja weil du einfach runtergesprungen bist ne ja ok nochmal ja weißt du ich werd einfach mal übelst nach oben gefetzt hab ich mir gedacht nochmal die Map jo klar ok oh Gott werd dich zerstören sie sein ok auch wenn wir bis morgen hier dran sitzen ey ich zerstöre dich und schon wieder zum 3738 Mal gewonnen ja irgendwann spamm ich YouTube voll mit diesen Folgen hier genau ja willkommen bei der smash smash folge 4503 immer noch nicht gewonnen oder irgendwie so unfairer gewinn wegen disconnect von Chris fühle mich nicht als sieger muss mich wiederholen genau smash 2.0 werden wir jetzt gewinnen guck mal ich hab dir neue Projekte gegeben ja ich hab da was anderes im Gesicht ja geh die Granate nein 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 ja ich hab's überlebt ich hab's überlebt nein ich hab's ey das ist einfach sowas von unmöglich gerade gewesen oh Gott Leute ist das krank ja ja klar komm ich hoch oh oh alter was war das rocket launcher ja alter nein ach du bist ja oben was ist denn hier nein 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 ui oh alter ich hab's doch geschafft oh no 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 wie bist du hier ja wow 332 alter und ich werd einfach mal kaum zurückgefetzt nee ich triff dich nicht richtig oder doch doch du triff mich aber ich werd kaum zurückgefetzt ja komm ich geh doch mal rein ich würd mich ja interessieren was das macht äh ach ich bin einfach langsamer ja ja also ich kann halt den richtigen Sprung machen jetzt wieder kommst du äh nein ja ok wenn du mich schon so höflich einlädst tschüss oh nein ja ja oh stirb stirb ach da ist er nein 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 tschüss alter komm wenn ich dich jetzt in 3 Leben besiegt jungen ich hab fast 400 nach einem Schlag hab ich jetzt gleich 400 was ist das schon falsch bei dir ja ich bin einfach gut ich bin einfach gut ich schaff dich noch nicht mach den skill sie sein oh und tschüss und ja jungen 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 Eigentlich ist alles bei mir gerade. Oh, jetzt wird die flachen Witze. Ja, das war gerade... Du Sau, du! Fünf Sekunden geht's los. Ich hoffe, dann ist er AFK und dann kann ich ihn töten. Ich sehe ihn! Ah, ne. Er ist anscheinend immer noch an der Tastatur. Das ist natürlich jetzt schade. Ja, meine Schwester kam rein. Schwestern? Sowas gibt's noch. Oh Gott. Ja, leider. Boah, ich finde eigentlich mein Schwester ganz korrekt. Ja, wie alt ist sie? Ja, die ist 19. Ich habe letztens wieder eine Folge aufgenommen. Das war cool. Ja, guck. 19 ist ein bisschen Niveau voller als 7. Hä? Nichts geht über das Niveau von 7-Jährigen. Was kennst du, Matt? Wurdest du getroffen? Nein! Nein! Aber du wurdest auch getroffen. Okay, wir haben leider genauso viel. Wieso wurdest du auch getroffen? Was hast du geworfen? Äh, dieses TNT-Dinges. Oh. Ja, klar doch. Auf jeden Fall. Du musst noch viel lernen. Mein Jünger-Pfader-Wahn oder was? Ja. Ja. Ich werde dich jetzt zerstören. Ach, ist das so? Wüsstest du das? Ja. Ja. Kratz mich. Oh, ja. Zieh mich zu dir her. Was, bist du gerade runtergefallen? Nein. Nein. Hier bin ich. Jetzt, bleib doch. Lass mich dann sch... Ach, ja. Wow, hier gehts runter. Ey Junge, ich habe es überlebt. Ja. Ach, Mann. Spielfeld, ja. Puh. Wurderspiel. Ey, du musst mich jetzt hier nicht anzünden. Oh, guck mal. Heiß! Hast du es überlebt? Ja. Nein, ich habe keine Blume mehr. Ich habe keine Blume mehr. Nein, ich will keine Rose kaufen. Alter, ich fall immer genau auf diese Lücken. Das gibt es doch wohl einfach nicht, oder? Ey, das ist doch einfach nur unmöglich. Ist das unmöglich, Toyota? Ja, komm, ich stelle mich jetzt auf das... Ey, du hast runter... Komm, triff mich mal. Guck, ob dein Gas nicht wird. Komm. Das trifft mich doch nicht, Mann. Ja, Mann. Sehen wir uns auch mal wieder. Komm, ich komm zu mir hoch. Ey, der Gas war ein bisschen unlöslich, hab ich das gesehen. Bisschen. Hab mich getroffen, ganz klar. Na? Na, komm, schlag mich. Was the fuck? Was laut? Guck, das macht sich selbst. Laut in der Bottle. Dann war schon wieder so viel Prozent. Und komm schon. Nein. 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 Oh. Nein. Ja, stopp. Ah, er hat mich einmal getötet. Juhu. Komm, dafür gebe ich weiter. Ich war hier nicht zu null. Er hat was zu sagen. Ein Applaus, das war ein bisschen zu viel. Okay. War vier Applaus. Fuck, das war ein großer... Oh, 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 oh. Ich stelle das mit einem, was man aufheben kann. Mann. Wie viel Prozent hast du? Äh, 30. Oh, mach doch nicht immer die Wände kaputt. Wir sind immer schöner Wohnen. Und tschüss. Okay, das war's. Ich, ich, nochmal diese Map. Diese Map ist nicht... Diese Map ist so cool. Ich bin jetzt so lange, ich bin jetzt ein Sieger. Ja. Wird hier nix. Das wird schon was, Junge. Das wird schon was. Wie gesagt, 1400. Folge 4000. Das ist jetzt im Urin, oder? Oh, Gott. Ja, spring. Spring dir ein Häschen. Hm. Das hat sich cool angehört. Haha. Oh, Gott. Wann geht's los? 14 Sekunden. Oh, 12. Nenn mal ein Thema. 10. Keine Ahnung. Sag du ein Thema. Okay, ich hab keins. Lass uns einfach weiterbekriegen. Wir reden einfach schon. Ich töte dich schon. Lenk du dich mit dem Thema ab, okay? Ich, ich töte dich. Okay. Ne, ihr... No! Hahaha. Hahaha. Scheiße. Ich geh... Ich spring auch runter. Komm. Scheiße. Lenk du dich mit dem Thema ab. Oh! Hahaha. Oh, mein Gott. Du noch viel lernen musst. Junge Panaman. Junge. Warte. Wie fuck bist du hier? Was willst du denn hier machen? Ja, ich... Ja, ich wohne hier. Hä? W-w-wacht mal. Wo ist mein Tier gerade hin? Äh... Ist wahrscheinlich runtergefallen. Genau die Ritze oder was? Hahaha. Nein, er hat ne Suppe. Ja, ich hab ne Suppe. Nein! Töte den Straßenperner mit der Suppe. Und tschüss. Nein, nein. Du musst ihn hier nicht runter... Alter, du musst dir auch mal vorstellen. Kommt den Straßenperner mit einer Schüssel mit Suppen auf dich zu. Ich töte dich jetzt mit deiner Suppe, hallo? Ah, tsch, tsch. Oh, epischer Kampf. Episch. Töte töte. Das ist der letzte Abenzug. Töte töte. Oh Gott, er hat ne Schwert. Oh geil, ich hab ne Schwert. Blute! Aua! Hauptsache die Ple... Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder? Nein, du hast das Teil bekommen. Ja klar. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ja, okay. Boom! Nein, 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 nein. Tschüss. Lebst du noch? Ja. Ich leb noch. Mit 100%. 100% ge pure Action. Ja, komm. Muschi ist schon hier. Ja, schade. Oh, Alter, die ganze Plattform ist hier schon wieder fast am Arsch. Oh, da lag doch noch voll keiner rein. Ja, ich bin reingesprungen, aber ich leb noch. Die Frage ist wie. Ich überleb' alles. Boom! Bist du tot? Ja! Ich hab's überlebt. Jo, okay, du kennst ja das kleine Spawnhäuschen, oder? Wo wir immer vor der Runde spawnen. Bist du da drauf? Da war ich drauf. What the fuck? Jo, wie viel Prozent hast du? Ich such gerade Essen überall. Einfach nur noch. Mein neues Lebensziel, Essen suchen. Scheiße, Alter. Ja, flieg runter. Ja, ja. Ja. Nein, ich wollte nicht gucken. Okay, ist vorbei. Ist vorbei. Oh Gott. Ja. Ja. Nochmal. Die letzte Runde? Ja, die letzte Runde, ja. Okay. Ja. Leider schon, dann kannst du ja hier in Ruhe rändern. Ich muss danach auch weg. Ja, also. Dann passt das hier. Jo. In drei Sekunden geht's los. Ich hab bisher noch kein ESG mal gewonnen. Noch? Ich hab keine ESG mal gewonnen. Ich glaub eine gewonnen. Ja. Aber ich umsetze nicht so viele Skills im PvP und so. Uh, dann ist das Projekt aber nix für dich, das neue. Ja, ich bin nicht nur PvP. Ja, ein bisschen schon, oder? Ja, ich lass die anderen für mich kämpfen. Los, meine Untertanen, alle tot. Ähm. Ja, notfalls mach ich mir OP, ne? Game Mode, God Mode und so weiter. Genau. Was? Mach ich dann auch mal so voll, kommt der mit Full Enchant. Packed Foul-Rüstung. Ja, das ist Standard bei uns immer so. Ja, ja. Ist halt wieder klar, die Projektleiter hier. Ja, ja, was sonst? Ich mein, hallo. Ja, ja. Kann sowas auch ausnutzen. Ja, ja, klar. Upperschutz haben wir bezahlt, gell? Oh, jetzt nimmt der hier in ein... Nein! Nein! Geil! Wo bist du? Ich lebe! Die Frage ist, wie lange noch? 166 Prozent. Ah, geil, das ist doch... Geh, geh doch klar. Alter! Wo bist du? Hier. Hier ist alles kaputt. Verdauern, Goldschmer. Wirst du mich... Ja! Ey, ich hasse diese Lücke! Ich... Diese Lücke! Ich glaube, er hat einen neuen Freund gefunden. Lücki. Ja, wieso ist das so? Die meisten Tode hast du jetzt echt wie diese Lücke? Ehrlich, Mann, die... Die sind mies. Ich hasse diese Lücke. Ja. Jede Map, wo Löcher sind, oder? Er hat eine absolute Abneigung gegen Löcher. Neuer RTL-Beitrag. Komm, flieg da nochmal rein! Nein, Mann, das kannst du jetzt sowas verknicken! Fick du doch noch rein! Du mit deinen 170 Prozent, du! Boah, nein! Fuck! Und... Boom! Ach, fliegst extra wieder zu weh... Oh! 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 Dieser Sche... Oh, Junge, ich komm doch nicht drauf klar! Alter! Ich komm nicht drauf klar! Das ist unmöglich, Alter! Das ist einfach so unmöglich! Alter! Bist du echt irgendwie, wenn wir zu viele Smash-Folgen haben, die du hochgeladen müsstest du best auf Lücke machen! Ohne Scheiß, wie oft du jetzt durch diese Lücke schon gestorben bist! Das ist echt nicht mehr feierlich! Ohne Scheiß, wenn wir... Ich sag dir, das mach ich! Wenn wir viele Smash-Folgen haben, mach ich das! Ja, wir haben ja so gesehen, es sind relativ viele... Ja, ich meine, jetzt schon mehr... Also mehr Momente! Vielleicht zu einem auf 10. Folge! Ich meine, ich weiß noch nicht, wie viel wir machen, aber... Oh, guck mal! Ich hab mich was Schönes... Die ja, Spitzacke! She makes me boom! Oh, jetzt bin ich auch mal durch die Lücke gestorben! Yay! Er ist nicht mehr alleine! Tschüss! Ich hab gesagt, tschüss! Ciao! Sie ist positiv, du bist nicht durch die Lücke gestorben! Oh Gott! War eine schnelle Runde diesmal! Ja, die war schnell! Okay! Ja! Dann... Bis zum nächsten Mal! Auf einem anderen Map, wo es nicht so viele Lücken gibt! Okay, dann tschüss! Tschüss!